k hallo i am 3 hä? fangt hier erst mit 4 Runden an und macht dann rechts mit 4 langen Volker und dann sträubelt es einfach so rein ich weiß gar nicht wie geschieht weiß doch nicht wer hier geschieht da ist einer ich schieße auch mal jemanden an ich mach 3 Kills und du bist im Vorder haha Trottel lol MVP von mir easy du suck BOMTV du suck oh ey ich bin richtig guter Augspieler geworden ne macht ja nichts ja irgendwann du musstest ja rauskommen dass du ein Kill bist geil das war ja ein Superflash ah fuck mein Messer hat Deutsch wo bist du denn? B ok du hast jetzt schon ach ey pass auf wow wow cool ich geh saven ach schön guter Augspieler guter Augspieler guter Augspieler guter Augspieler ach weiße Decke ach schön 1-1 ausgleichen Gerechtigkeit schöne weiße Decke und was steht da? ein Herzchen mit dem Namen Michael das kann ich nicht dahin ach das war ich richtig creepy könnte sein dass einer im Haus ist könnte sein dass die B legen ohne dass wir davon wissen nee wir wissen davon einer ist durch no calls ah guck einer ist durch zack Bombe gelegt wo ist die Tür? es ist so witzig Fabian hat mir doch 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 ich hab zu mir doch ich hab zu mir doch ich wollte ihn da mit noch holen Stefan hat mir letztes Jahr sengig gegeizt und er hat die Chiefs den neben slänkigen gekauft wenn du sie ja vereinfacht da bin ich nicht zu irgendwo seit 2019 war er der bleibt dann er wieder galt für die Chiefs zu denn ja du willst zu denn Nix, nur deine guten Likes sind von gerade kommentiert. Ich hab' nicht gehört. Oh, B ist nicht. Nein, die gehen in die B. Äh, A. Ja, die könnten sein, dass sie wieder A legen. Nein, aber das ist... Oh, fuck, bin ich leider zu lange im Molo stehengeblieben. Ich will GY-League sein hier. Nein, das ist low, aber komm, GY-League ist ein Gottspieler. Letzter-Low, letzter-Low, der ist im Haus. Yes! Guck mal, der Grüne, der ist so kacke. Aber Grüne, what are you doing? They are all down! Hello! Oh, God! I am Newbie, lass ihn doch. Der ist kacki. Ja, für'n fliegenden Penguin. Oh, ein Setup hier. Zehn Jahre... Der hat Zehn-Jahres-Medaillen, Newbie, ey. Pfff. Geh' nach Hause. Ja, der ist kacki. Los, los, los! Wir sind vor zehn Jahren CS1-Mobil. Ey, wir zwei Leute haben MVP! Die anderen sind alle kacke! Weil ich gut bin! Oh. Guck mal, einer. Oh, da sind die AUG-PROs! AUG-PROs! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Sie sich alle irgendwie ein scheiß Stern erschleichen, ne? . Ich hab' nicht geschlicht. Ich bin da rum gerannt. Hat doch schon jeder einen Stern, der einen verdient hätte. Ich bin grad geil. Ich hab' ne Stern-Schnuppe. Richtig schöne Para! Alter, der Edith hat sich jetzt lange seine Arme gekauft. Jetzt guckt er gleich ganz blöd, wenn er da vorne abgesmogen wird. Alter, der runde Smogen ist irgendwie nicht ab. Alter, guck ich da ganz blöd, wenn er gefilmt hat. Alter, gar nicht, was da passiert ist. Das war's für A. Na! Ooooooh! Wird er rausgezahlt! Tappt er hinten? Raus! Warum? Ah, gut job Green! Just hold nothing! Wow! Oh, man has been planted. Steh bei mir... Okay. Ach, dann kommt da einfach einer. Was soll denn das? Ja, wenn du schießt... Ja, dann haben sie Angst zu haben. Na, gucken! Der ist zu lang. Ja, das ist vorhin. Lol! Wow, das ist ja... das ist der schlechteste Schwede, den ich je gesehen hab. Ja. Ja. Jetzt wird abgerollt hier. Sehr gut, Grün. Sehr gut. Ah, der hat's raus, wie's läuft. Der ist hinter dem Typ, der nur spielen darf, weil er mit Leuchterwand ist. Oh, fuck. Schon wieder geplant wird. Soll ich mal nicht... Ach, Mann! Low. Der geht aber auch nicht down. Der so... Der so... Was war das? 96 und 17? Ja. Der ist rübergelaufen. Ja, manchmal macht die Ork das. Ich verstehe das auch nicht. 96 und 4... Ich hatte letztens sogar 98 Punkte. Erst einmal, glaub ich. Da war ich sehr begeistert. Und noch einer. Nur die zwei Nubis nicht. Also, Armin nicht, ne? Oh! 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 Das ist Negev. Negev? Sicher, dass das keine Para ist? Oder was war ne Para? Ich weiß nicht. Das ist meine, die die Schieder haben. Ich bin dabei schon auf. Wer hatte die? Irgendein Gegner. Ach, das ist ne Negev. Jetzt will ich ja von hier... Oh, oh nein! Der Michael lebt nicht. Aus Eingang ist er... Jetzt werde ich jetzt tot. Das stimmt! Ey, zumal ich's trailer noch gehen im Vipieren. Da liegt ne Arka. Ah. Ja. No need, no need. Schiweiliiliiliili, komm immer auf. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo die ist. Woher, woher sie hin wird. Genau das die. Oh. Kaufe mir mal noch eine. Hier! Ich muss noch mal kurz zurück. Was? Ich muss noch mal Püstung kaufen. Woher? Der ist irre, der Geilgott. Hast du schon einer rüber? Ne. Wie denn? Du hast doch da einen. Ja. Ganz sicher. Ganz sicher. Cool. Ja. Ich hab's ja. Kack's noch mal. Ah, sehr gut. Oh, da kann ich mir wieder nochmal Waffe kaufen. Aha. Bis zuweil erzielt. Das hat vieler junger Schuss zu unabgefeuert. Das hat ihr nur mir zu vermitteln. Vielen Dank. Jetzt haben die bestimmt nicht ne A. Da war einmal A und jetzt nicht ein. Du hast den falschen Spot. I kill, cause I'm hungry Was machst du? Ah, Smoke Oh Gott, wieder so ne Scheiße, was machst du denn wie immer? Was hast du auch immer in den Spot? Wo sind sie hin? Haust durch, haust durch Balkon, Balkon, guck einer Noch einer unten, Minus 50, Balkon umrabe Jaja, jaja Henni, du musst den schnell töten Tüchen, Tüchen Mit dem Scheißstrahl Wieder mit dem Strahl Jetzt zählt er gleich den Grünen, nur wegen dir Frage Soll man ne Waffe mitnehmen? Die war teuer Los Blau, geh da zum Balkon Ins Haus Lad mal nach, oder nicht? Nein, nein Was? Okay, ich hab sie gerade in den Park Und da liegt ne Waffe Oh, da Ja, die war sehr teuer Unten an der Treppe Oh Gib mir die Yes Noo What the fuck I will buy a new one I will buy a new one Wow, wow, wow Wow, wow, wow Hier kommt Smokes Throwing smoke Throwing a grenade Ah fuck War der Laser kaputt Hier ist kein Laser Weil ich heute angehitelt bin Ah Noch, noch der eine Noch einer Rechts schon im Eck Ganz hinten Ah Ja, aber da war einer Hast du gesehen? Ja Ach kacke 7 2 72 Wow, guck doch nach rechts Der war low, der eine Deswegen wollte ich nur töten Jetzt hab ich keine Sucking Munition Geld mehr Was ist das hier? Hier Fabi Hier gibt's ne Waffe Nein Nein Los, los, los Was denn an seine Strahlen Braucht ihr nicht? Ich hatte mir X-Men und 5-7 geholt War gut Pass auf rechts Oh Was deckt Grün da? Nichts von Aber der wird gekickt glaub ich Oh no Mr. Loot Farmer 28 Ohne Zoom Mensch Einfach ohne Zoom Defusing Ah, ich hab' Schneeball I have to broom Was war das denn für'n Move? Ich hatte'n Schneeball Ah lol, woher das denn? Einfach um so und eh drücken Macht 2 damage beim T-Mate und 5 gegen Wieso kann ich den nicht auswählen? Hack Judenkinder Schmeiß' euch vorm Zug Guck mal er hat eine Schneewelle im Winter Ich Ja Schmeiß' Mich Immer Wird der der Grüne erstmal abgeworfen wenn der hier wieder irgendwo wartet Schmeiß' 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 Oh, falsche Waffe gekommen Du holst die Kraft aus der Athen Da kommt einer Wo? Man rechts und ich guckt Ja, du sagst, da kommt einer, guck ich nach links halt. Ja, ich hab doch da... Ja, dann sag doch nicht, dass deiner kommen. Ja, warum nicht? Jetzt war so eine Ansage von wegen, guck da hin. Was? Löö. Einer ist low. Hat jemand gesehen, dass ich dir mit der Auge in die Fresse schieß? Sie gibt sich in zwei. Das Spiel verletzt meine Gefühle. Ja. Es ist A. Ja, ich weiß, aber... You suck. Maybe add green. Wir brauchen mehr Schnee, weille. Ist zu wild. Der schießt von aus rechts. So. Die schießen immer da, jawohl. Ja, ich dachte, die kommt da wieder raus. Ja, ja. Die kommen immer wieder raus. So sind die zu möglich. I have a Paralyzator. Paralyzator. Alligator, Alligator. Ich glaub, wir verlieren hier voll übel, ey. Nachmutter. Der von Drift wieder auf einmal. Ei. Ne, die Waffe ist nicht mehr gut. Noch ein Schneeball. Mach's denn, du! Hä? Du bist ja irre. Schneeballschlag! Oh, ich hab mich selber geflaget mit dem Schneeball. Guck, so sieht das aus, wenn man irgendein Gesicht kriegt. Oh, das ist die Löhne. Da läuft vielversiel. Oh, ich hab mich selber geflaget. Ich glaub, da ist der Löhne. Äh, das stimmt ja auch noch mal. Ich weiß. Ich hab dich, der Löhne. Ich hab dich, der Löhne. Ich hab dich, der Löhne. Nee, ich hab dich. Ich hab dich. ich hab nur gesagt hinter dir ja ja dreht dein Arm gut, dreht dein Arm gut, ganz blöd wenn er in den Rücken geschossen wird ist ja der Schneeball grad explodiert warte bis er plantet, warte bis er die Bombe holt und schmeißt den Schneeball in seine Richtung oh 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 change the weapon faster please do you even true true do you even tree this is the one we have been working for tree TREE au fuck off nein 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 JEHEEHEEHEEEHEEHEEHEEHEEHEEHEEHEEAAHEEHEEHEEE NEIN 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 Wenn der kommt, steh will. Wenn der kommt, steh will. Ah! Geil! Geil! Ich muss stehballen! Hä? Scheiße! Ah, das macht krass! EI! Das hat er Manni! Das ist der Gamer, wenn man unter dem Schneeball jemanden tötet. Ja. Und was für ein Zeichen da oben wohl dann ist? Ja, das hab ich auch noch nicht gesehen, leider. Ah, das müssen wir machen. Ja, wenn jemand 95 Stämmen gibt, dann... Wieso, wir stellen uns einfach hier hin und eine... und wir bewerfen alle mich, oder so. Ja, das dauert arsch lang. Ich kann mich ja ein bisschen in die Luft sprengen vorher. Arsch lang. Das wär doch lustig. Das hört sich ja gar nicht verkehrt an. Machst du den Arsch lang? Ja. Wolltest du die Arsch lang noch mal geben, oder hast du die noch? Werf die so mit Schneeball, ey. Lass uns sehen! NICHT LOL Er hat auch ne Acker Oder auch nid Mikrofon Muted Mikrofon Muted Ist da, der hatte nur noch 70 Ich bin mit Schneebeln abgeworfen Wie viele Schneebeln muss man werfen, damit man gebannt wird? Nein Nein Können Steine drin sein, ne? Können Steine drin sein, ne? Einmal raus Einmal raus Und das sind zwei Da, der mich hat nur noch acht Da könnten wir es jetzt ausprobieren Ja, komm her Stefan Ja, komm her Stefan Stefan, frei hat ihn lieber Ich darf ihn mir kaum schießen Wow Wow, Micha, wow War jetzt nicht so gut Man wollte mich auch nicht mit Schneebeln bewerfen Okay, ich spreng mich jetzt in die Luft Oh, ich stell mich in Molly Oh, Scheiße Das ging wirklich ganz schnell 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 Das ist auf der anderen Seite Okay, das müsst ihr regeln jetzt Ich krieg, glaub ich, kein Geld diese Sache Was? 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 Was mach ich denn? Was mach ich denn? Oh, Scheiße Oh, Scheiße Oh, Scheiße Oh, Scheiße Oh, der, 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 der Rennt der weg Blöken, zwei Oh, also Blöken Noooo Ah Ja, was ist das für ne scheiß Musik Vollgeil Okay, ich schmeiß mir ne Granate auf den Fuß Kling sicherer Wo wär's denn, wenn wir weg sind Bitte Wie wär's wenn wir einfach weh gehen So, hier Oh, jetzt, schnell, schnell, wirf mich ab, ja, kipps mir, hart, los, oh yes, oh, einfach Das geht alles aufs Schadenskonto, aber gut, das war's wert Okay, das waren zwei Runden für die Wissenschaft Ja, jeder Schneeball am teammate macht drei, äh, zwei, und am Gegner fünf Ja, und wie viel hast du ihm geworfen? Auch sechs wahrscheinlich, ne? Macht euch schon mal aus Hä? Ist doch Oh, scheiße Fuck Ach, man Von wo wurde ich Durch den, durch den Scheiß Jetzt hat er's geschafft Wir reporten euch jede Runde Ja, der ist ein bisschen kacke Ach, guck mal, der Quitsch, Quitsch-Profil Hallo, wenn ihr mir und meinen Kollegen, wenn ihr mir und meinen Kollegen, hallo, wenn ihr mir und meinen Kollegen ein Follow da lassen würdest, würde ich mich freuen Kopiere das bitte und setz das in den Chat Haha Haha Flip it Hallo, was ist das für'n Feuer hier auf dem Schnee? Ach, der hat Loh Hallo Ich hab den draufsichert Ja, da ist halt einer Ja, den hat der Handy ja, wenn der rauskommt Hm Nö Nö Doch, guck Der muss ja auch selber vertrauen Terrorist win Hahaha Ah, drei Mann pushenbrunnen, alle drei liegen da tot Toad Ganz tot Ah, wir sind da oben, die sind Auch was? TwitchTV 360 Assault Was? Der heißt TwitchTV Slash Also Schrägstrich 360 Assault Cool Boy Ah, ob er es mit einem Milizia 24-7 aufnehmen kann, ich weiß nicht Hm, gute Taktik Oh, ich helfe den Micha Ja, wasser ist das? Komm dir da Guckt ja ganz blöd, wenn ich da gar nicht mehr stehe Aber noch eine Oh, es ist noch einer Oh, lol Soll ich B gehen, Chuck? Ja Da ist einer Guck mal, ich hab die auch Chameleon Das ist doch genau deine Waffe Oh, oh Alter, da bleiben wir halt stehen Ich dachte, ich sehe... Oh Mann, guck, da kommt der Ihr seid so behindert Ja Alter Oh, ich hasse es Schmeiß den Schnee überall Grün Ja, wir messern Oh, noch eine Was macht denn der jetzt? Hä? Als ob das EG man nicht gehört hat Ist der komplett irre der Typ? Oh, er wusste, dass er kommt Er hackt Was ist denn nicht schön? Ist denn nicht schön? Ich habe die Flachbank Nein! Da ist noch einer! Wie? Oh Gott! Heißt der low? Jaja, der ist low. Kann ich ihn ein... Gehen? Auch klar, dass der da nicht checkt. Egal, weil ich weiß, dass ich mit dem Frontal in die Fresse leifen kann. Ist die Confidence da. Krippel! Nur hack! Oh Gott, jetzt gehts hier richtig los! Er ist halt Krippel, das hab ich gekocht. Krippel! Oh, Hilfe! Da war oben auf Bank von meiner und unten soll den Weg kommen. Fläht danach. Einmal weg. Einmal weg. Mann! Och! Why? Nein! Jetzt war's geneist. Konnte ich nicht zulassen. Er plantet halt nicht. Das wäre ne schöne Demo- Normalisierung gewesen. Dem pretending Er plant einfach nicht w- wie oh mann Kack orange Das ist gut wegzulaufen, wenn ich nur hier bin. Nein, warum treffe ich denn da nicht? Du kacke bist. Warum hat denn Fabian nicht die ganze Zeit planted, ey? Da geht er an der Shotgun down. Der kam halt von hinten, wo du standst. Ja, nein, ich hab da voll gut abgeaimt. Die hast du gesehen. Ja, ganz hinten, oder? Ja, ich hab hinten abgeaimt. Ja. Der kam wohl aus dem Haus, da hat's verduchten. Ja. 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 Es wird sich richtig gelohnt, mit dem Micha zu spielen. Das mache ich jetzt immer. Jetzt holt euch mal darauf einen Untergespassen. So, jetzt holt euch mal drauf einen Untergespassen. Ich bin dabei. Okay.